Ein kleines Intermezzo. Wir haben nämlich heute einen wunderbaren Gast, einen begeisterten Schulreformer, den Otto Herz. Und der wird heute 66 Jahre. Zeit und Vorsicht, sei auch mit dabei. Ja, also, bei uns in der Fraktion wird auch immer gesungen, das Kinder gibt manchmal sogar im Kanon, wir wollen das nicht unnötig verzögern. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass du trotz oder wegen eines Geburtstagsweihens bis heute, 66 Jahre, das hält mir natürlich im Behördsein, du hast schon 66 Jahre für gute Bildung gekämpft. Aber ich würde mal sagen, in 66 Jahren fängt gute Bildung für dich und für Nordrhein-Westfalen ganz besonders an und bekommt einen ganz neuen Schub. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. Wir kommen zur Keynote Lernen, Neu Denken. Sehr geehrter Herr Peter Fraton, ich darf Sie jetzt bitten, zu Ihrem Beitrag, ich will ein paar Werte zu Ihnen sagen. Reformpädagoge und Schulgründer. Peter Fraton gehört zu den renommiertesten Schulgründern und Schulinnovatoren Europas. Er gründete 1980 das erste Haus des Lernens in Romanmoor. In der Zwischenzeit gibt es weltweit zahlreiche Schulgründer. Herr Fraton ist selbst Lehrer und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Die strategische und operative Führung seiner Häuser des Lernens hat er inzwischen abgegeben. Peter Fraton begleitet heute Schulprojekte, die sich an seiner pädagogischen Philosophie orientieren. Und der Titel seines Vortrags passt zu unserem Motto, auch zu neuer Bildung, Lernen, Neu Denken. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und sind gespannt, was Sie uns auf den Weg zu unserer Schule der Zukunft, zu unserer Bildung der Zukunft mitgeben können. Herzlich Willkommen. Applaus 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 Applaus